Namen der abgewrackten Reisenden. Willkommen zurück in London. Es ist 7 Uhr in der Früh. Die Sonne geht gerade schön auf und ja, ich habe den Fährmann gesucht. Ja, und nachdem ich der Quest-Marker nach unten geschickt hatte, durch die alten Tunnel, die sie überfluteten, in den Marketplace von denen, um mich von da aus dann wieder rauszulotsen. Ja, weiß ich nicht, warum er das getan hat. Statt einfach zu sagen, der Typ steht hier draußen. Da wäre ich einwandfrei hingekommen. Richtig bekloppt gewesen. Aber nun gut, hier ist er. Und wir legen jetzt los. Gucken, was er uns zu der ganzen Sache sagt. Ob er uns da irgendwie begleitet. Gut zu sehen, dein freundliche Gesicht. Nicht entweder. Aber ich bin von dieser Fährmann. Ich bin von dieser Fährmann. Jetzt muss ich auf der örtlichen Seine gehen. Ich fühle den Wind auf meinem Gesicht. Dann werde ich besser werden. Ich habe Angst, dass ich die Waffe zurückhaben. Oh, ich habe die gerade ein bisschen aufgerüstet. Ich habe Angst, dass ich die abgeben muss. Ich habe alle Opfer. So lange. Er braucht einen cannon. Er braucht einen L транzüllen oder späteren. Du kannst es. Es ist nicht viel. Aber es ist minimalist. Ich habe keine Objekte. Wahrscheinlich wäre es gut für meine Bewusstsein. Es gibt auch Pläne in den Thames, wo ein Mann ein normales Leben leben könnte. Die Sanctuary von St. Pauls würde ihn nehmen. Ich bin nicht sicher, warum ich ihn überrasse. Warum wäre das gut für ihr gewesen? Oh, okay. Äh, frei... Also, nochmal für die Landbevölkerung zu mitmeißeln. Was soll ich jetzt machen? Ich habe ihm zugehört, aber... Das habe ich verstanden. Das muss runtergebracht werden, weil in dem... Anscheinend, das soll das Kränenes sein, ne? Das ist der Scheiter. Du bist meine Bride und Freude. Wofür gehen wir? Okay. Weil sie so richtig hilfreich. Oh. Oh, Churchill, was machst du denn da? Ach, krass, ich kann hier hochlaufen? Wie soll ich denn da rüberkommen? Hier hinten ist ja auch nicht schön, oder kann ich mit dem Boot fahren? Wie sind die denn da rin gekommen? Nur mal so als Frage. Alan? Ah, ja, okay. Oh, Churchill. Ein bisschen Quatsch einfach mal. Mal ein bisschen umgucken. Ich habe auch noch ein Cthulhu gefunden. Oh, Churchill. Äh, oben am Marktplatz. Ich bin gespannt, wenn es da irgendwie... Vielleicht muss man noch eine bestimmte Anzahl erreichen, oder man trifft irgendwann irgendwen. Mal gucken, wenn die ersten kaputten hier obtauchen. Warum? Wie ist der Film? Aber... Wie ist der Film? Wie ist der Film? Was? Verbrennt der Comic? Stück Kekkelänge. Hiha! Hiha! Level up. Wir müssen immer noch irgendwo Zucker finden. Für diesen Cocktail. Ist echt selten. Würde man ja nicht denken. Durch so viel Küchen wie man rennt. Aber Zucker. Ist ja cool. Oh, du bist nicht so cool. Habe ich die Flinte noch im Anschlag? Meine Flinte hin. Nee, Freunde. So nicht. Können wir doch nicht einfach wegnehmen. Wie viel Schuss haben wir mittlerweile? Guck mal, ist ansehnlich. Den Lauf verlängert und ich habe uns eine kleine Optik reingemastelt. Erschreckender Angriff von Patrick. Ich schieße dir in dein Gesicht. Du bist direkt gestorben. Ja. Und dein kleiner Freund mit dir. Du Landhooligan rechtes Bein. Noch heute nicht. So, Ölkanister kommt mit. Ich habe auch eine kleine Laterne gefunden. Da habe ich mich voll gefreut. Aber die funktioniert nicht so, wie ich mir das da denke. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Ich habe was gelesen. Ich möchte meine IP. Okay, so. Terminal. Unterer Grad. Let's go. Ja, die leuchtet nur in so einem kleinen Umkreis um mich rum. Wäre cool, wenn sie das noch anpassen würden. Weil die hätten andere neben ihr Licht. So, so warm. Äh, achso. Äh, jetzt hier runter oder was? Äh, oh Gott. Koffe, ich mache jetzt keinen Scheiß. Ich habe Scheiße gemacht. Hä? Hä? Lass uns mal laden. Will mal Techno. Ach. Boah. Natürlich, jetzt soll ich mir an dem Boot schleudern. Wie haben die sich das denn vorgestellt? Das ist ja alles so bitter verstrahlt. Gibt das ich per Kuhläufer bin? The surface world. Gets louder and louder. HD. Kann ich mir hinsetzen? Oh, ich bin jetzt bewegungsunfähig. Schöne, du bist draußen bleiben. Na gut, wenn du das sagst. Ich weiß ja nicht, wahr? Ich sperr, wo wir jetzt landen. Ey. Hier so. Ich kann so nicht feuern. Beabschiede dich mal deinem Arm. Aber krass, das war richtig episch. Ah. Jetzt aber. Offiziell evokieren schießen soll. Stehen die denn überall? Okay. Abschaum. Stürb. kurze pause pausa gesagt schützt du das war eine kummer jetzt richtig schwer auszumachen aber schön dass er gut gewartet hat stirb ich muss was naschen leute kurze kurze auszeit freunde die blaue beere essen das ist das wichtigste was wir mit uns führen die engen erdbeere ist oben ist er guck dir das mal an ok kommen nicht mehr ran aber erd aufschießen alles erfahrung ist ja noch einer kollege ist er da unten ach leute ich bin da nicht so schwer ich komme sowieso ich weiß nicht was das sein soll eine mause volle kirche was macht man damit doch so toll sie trocken also mit dem ding fühlst du dich wie bei call of duty 1 arbeit oder zwei geht auch noch noch mehr von euch hier irgendwo kämpft da noch einer rum da muss man ja auch irgendwie hinkommen oder hier geht es runter ist halt die frage ja ob man diese betreten darf welch würde die bräuch schon gern looten da aber den richtigen zugang sehe ich nicht geht man jetzt da am besten weiter weil hier unten sieht ja auch so aus als ob man naja vielleicht doch nicht unbedingt in die suppe sollte dann nehmen wir erstmal da wo er uns abgesetzt hat ist das so wie es aussieht eigentlich ach krass cool hätte ich da vorne auch einfach auf das fass schießen können das ding ist gar nicht so schlecht und da kann man noch viel krassere sachen einbauen aber wir sind halt immer noch lappen man weiß immer ja nicht wo mal den eilpunkt den man alle nase lang mal kriegt hinschieben soll weil es gibt halt so viele optionen wir könnten auch noch einen punkt in stärke stecken weil ich habe schon so einige türen oder orte gefunden die man mit sieben kraft nur aufdrücken kann oder aufbrechen und vielleicht ist da auch nur quatsch hinter also der wird wahrscheinlich nur munition sein aber manchmal vielleicht hat man den glück und ist eine waffe oder irgendwas oder mal wirklich ein sinnvolles stück rüstung da ist sie leute sieht zwar gerade noch aus wie bei minecraft hat euch denn ein alter naja das ist nichts abschäumel und wir müssen wir tun also bei bei stin ich muss laden ach warum seid ihr so viele ich muss ein wenig machen soll was sind das für eine unfaire situation der geräte hirsch wird uns retten eigentlich noch irgendwie eine granate oder so was ich meine stern unten herz ich habe auch kein crit aufgeladen ne ich habe auch kein crit aufgeladen ne aber nein weg von dem auto na komm kukri attacke ich muss mir jetzt immer meine meine fuchs steaks auf wieder auf hier legen vermisst sie nämlich den geschmack des fuchses ist dass sie erst ist dass ihr fahrflug der ernst jetzt verrecke ich hier ich verarscht werde weil sie nun mollis um sich schmeißt wo ist sie ja ich kann doch nicht auf einmal einfach nur normaler hooligan heißen wenn es dann doch was anderes ist jetzt der viel mehr weg gesteckt erstmal war das richtig knapp und übel bescheuert dass ich überlebt haben wo die dem bus stück ich brauche eine brustplatte aber sieht halt beschissen aus wie immer noch nicht was war das hier bitte ihr seid ja cool weder what ihr möchtet mal wissen wie lange sie daran gesessen haben nur diese nur diese brücke zusammen zu modellieren weil wenn man nahe daran ist sie ist schon echt cool aus schon wieder ein pub ach so ne doch ne kann ich überall reden grünes bandana ja ja ich suche mir das bald aus der hund macht ja schon krach die haben sie erreicht hier ich suche mir das hier ich suche mir das Zeit für die Powerangre! End of the way! Ne, den Arm besto... was passiert hier? Ey, die war geladen! Die war geladen! Ah, die verbrennen gerade! Was? Was macht man mit dem Quatsch? So, jetzt... Ey, wo ist meine ganze Blei-Munition? Schießt sie jetzt mit was anderem? Ah shit, der Ding schießt jetzt mit Schrott, glaub ich! Das ist ja lästig! Uh, lad nach, werd fertig! Ah! Oh! Oh Gott, das muss ich wieder ändern! Das ist... Wie behindert ist das denn bitte? Du lädst die ganze Zeit nach und dann fragt er dich am Ende welchen Müll du reinstecken möchtest! Ah! Oh, ich hab's abgebrochen! Schon gut, dass die Zeit... Oh Gott! Staatsrüstung! Ob die cool ist? Die Lebarde! Geil! Spann dich mal, Junge! Klingt so... Hört sich auch nicht mehr so gesund an! Ihr Telefon dabei habt! Oh Gott! Ach, schau, die ist ja auch hier zu! Ach, schau, die ist ja auch hier zu! Äh, 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 ich muss mal Pause machen! So, da bin ich wieder! Also die Beefeater sind jetzt quasi so, die haben die Aufgaben übernommen, was in Amerika so die Super Mutanten machen! So wie es aussieht! Dinge in, äh, Fleischsäcken verstecken! Ach, guck mal, hier kannst du noch rein! Maulwurfsratten-Szene, ja, die würde ich auch mal extra lagern! London? Will ich nicht in London? Kommt man denn da rüber? Wird schon ein bisschen neugierig, ne? Bischle! Ahhhh! Sir, Sir, warten Sie doch kurz! Ganz kurz warten! Warum ist hier bloß eh'n Schuss drin? Ohhhh! Scout-Outfit! Ohhhh! Hab ich mir angeschissen! Ist der hässliche Wesen! Oh Gott! Oh, schruppert unten jetzt aber langsam natürlich immer noch nicht zum rumschmeißen! Oh ja, na klar! Ich find auch cool, ich hab noch nicht eine Energiewaffe bekommen! ich hatte nur die möglichkeit unsere muskete umzubauen zu einer laserwaffe warum auch immer dass da jetzt geht das war dumm ich bin jetzt hier schon wieder rennen und es stehen bestimmt wieder neue schergen ich bin auf der anderen seite erst mal ein fuchssteak kann ich jetzt mit vier machen jami jami was habe ich gerade gesehen was wollte ich doch hier ja splittermine kann mir jetzt nicht vorstellen dass hier keiner ist es gibt auch perks zum beispiel für schneller nachladen ist ja auch geil wenn man jetzt nur mit diesen flinten unterwegs ist ist mir gerade so entfällt theoretisch kann man ja ganz viele von diesen musketen nehmen drei oder vier und dann wechselt man einfach nur zwischen den geladenen waffen hin und her das hämmert ja auch richtig ein bisschen so wie die piraten früher so mit vier pistolen an der brust überall brennstoff ich würde gerade anheben weil ich dachte dass vielleicht was drunter ja guck mal hier wird die gerät alles gut blutblatt auf jeden fall wissen sie wie man ordentlich barbecue macht hier ohne futter rind Ja, eine Dose Zucker wäre jetzt nett. Was, was? Zwecken? Achso, der liegt da drauf. Sehr. Äh, 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 äh. Äh. Ist ja, wie läuft jetzt eigentlich völlig vorbei, ne? Oder war das geplant? Dann müssen wir mal gucken, ob wir gerade hier. Öff, wir gerade kicken. Ja, ist nicht verkehrt, wenn man hier rüber geht. Na denn. Hallo, Jungs. Na, wie war die letzte Fahrt? Viel zur Ruhe hier. Das ist so komisch. Und hier ist jetzt keiner mehr. Oh. Alter, gar keinen. Doch, oder? Ich platziere mal eine Mine, die werden hier gleich durchjonglen. Ich muss mal kurz umsatteln. Oh, aber die machen weiter, ne? Eiskalte Wunde, ne? Und der andere hat Bede Biene verloren, oder was? Die Strikkolbe, wie geil. Okay, ihr lassen es zum Weg springen. Oh, okay, wo ist der eine? sie wird verlos so ein bisschen so wie bei ohja storage wars so und noch was die kiste hier sehen ja jetzt richtig geiler scheiß drin das sieht die kompensiert grobgewehr ein sack cement so sieht so unbewohnt aus ja also aber ich schwöre mich darüber lauf dann stehen die da bestimmt auch baker boy mütze bäckermann das bäckermann ist der fahrer von bäcker boy tabakodok komm wir gucken mal da da hat der erste schon bock ich hab die laterne ausgemacht jetzt reicht's oh der hat einfach umgesattelt strahlung heiliger herr die sind echt zäh die jungs ach statt den würdig ist aber ich wollte mir den anderen mal angucken wird der so ein damage macht 20 schwindigkeit soja mittel unser kukri ist glaube ich auch nur mittel die sache ist halt so leichter glaube ich ja wohl aber wir probieren es einfach mal aus ups tschuldigung tschuldigung ich wollte das ding nicht gegen schädel hermann schädel ohne schädel decke na denn halt ohne heute wer sind sie sag mal ein bisschen respekt churchill oh ey das jetzt ist an die jungs denen ist das aber auch echt egal ne führ ich mal das hier an na juli ich fühle mich grad so wohl dass wir pause machen ich halt mich immer im moment auf und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder ich bedanke mich dass ihr dabei wart ich würde ja mal interessieren wer von den zuschauern die hier zugucken der sache schon mal in london wahren weil ich möchte auch gerne irgendwann mal hin meine fröhne ist immer richtig heiß drauf aber es kostet halt immer kohle da richtig urlaub zu machen ja lass mal was hören ihr würdet gerne wissen bis zur nächsten folge haut rein bis zur nächsten Vielen Dank.